ja hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem kanal wir sind wieder in seven days to die in alpha 14 ich hatte ja wie gesagt es hoch ausgesprengt aber da waren ja so die frames weg und das hat ja so lange dauert dann hatte ich mal einen test mit einem solchen gebäude gemacht und das will ich jetzt noch mal zeigen ich hoffe das haut wieder alles so hin da sage ich feuerfreie na hopp 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 warum ist das hier nicht weggeknallt? Schiete ach so hat bloß war noch nicht geladen kein problem ja ich würde sagen wir können im abriss geschäft einsteigen wie gut da ist Keller ist noch da ja wollte ich noch mal zeigen ich hoffe hat euch gefallen dann sage ich bye bye bis zum nächsten mal würde mich über einen daumen hoch freuen tschüssi